Heyo Leute, CrimeX hier, was geht ab, ihr Paul Berger und oh mein Gott, wo sind wir denn hier? Leute, ich hab gehört, hier in dem Wald soll's Bigfoot geben. Wir müssen heute hier überleben, lasst ein Like und ein Abo da und let's go! Hey Leute, wir gehen heute campen! Nein Max, wir gehen nicht campen, weißt du warum wir hier sind? Na, wir haben doch einen Campingwagen und ein Zelt und sowas, dafür sind wir doch hier. Ja, weißt du, warum ihr den Campingwagen habt? Kommt mal rein! Häh? Guckt euch mal das hier an! Häh? Guckt euch mal das hier an! Was ist das denn? Häh? Erstmal ist das hier, sind das vermisste Personen? Alter! John, Peter, Monika und Ruby, die waren hier in diesem Wald gewesen und sind einfach vermischt, Junge! Genau in dem gleichen Wald, wo wir jetzt auch gerade sind! Genau! Oh! Und das Problem ist, guck mal, was da oben für Bilder sind! Nein, Digga, deine Mama läuft hier durch den Wald! Das ist Candys Mutter! Ah, Candys Mutter, achso! Oh mein Gott! Nein, jetzt, ey, Spaß beiseite, jetzt weißt du, wann die Bilder gemacht worden sind? Wann denn? Die Bilder wurden kurz bevor die vier Leute verschwunden worden sind gemacht, weil in diesem Wald soll angeblich Bigfoot sein! Oh mein Gott, Bigfoot wurde gesichtet! Jungs, wir müssen uns ausstatten, guck mal, was wir hier finden! Ich hab ne Pistole gefunden! Boah, ich nehm hier ne Signallpistole! Hahaha! Ich hab aber keine Munition, vielleicht die Munition dazu! Schau mal, Fallen gibt's auch hier! Hier ist Munition drin, Bro! Ah! Was war das, Wax? Habt ihr das gerade gehört, den Schrei? Nein, nein, nein! Bro, er halluziniert jetzt schon! Junge, was laberst du mal? Also, ob ihr gerade den Schrei hier nicht gehört habt im Wald? Nein, hier war gar nichts! Bro, spinnt ihr jetzt, warte mal, ich werd ne Falle, wir haben hier Bärenfallen, ich werd hier ne Bärenfalle aufstellen, hier mitten bei unserem Camp, damit der Bigfoot uns hier nicht ausraubt! Jungs, ich hab ne Kamera gefunden! Oh, wichtig, wichtig! Ey, leg doch nicht die Falle direkt vor unsere Wohnbanken, wenn wir da selber reinlaufen! Bro, das ist doch hier an der Seite, der Bigfoot will doch hier reinlaufen dann! So! Ey, als ob ihr das nicht gehört habt! Ey, ich hab nichts gehört! Oh, ich hab's gehört! Real Rap, ich hab's gehört! Ey, ich hab's wirklich gehört, Jungs! Oh! Ist du mir leid, Bro! Ist du mir leid, ist du mir leid! Meine Waffe ist du mir leid! Ist du mir leid! So, was haben wir? Ich hab nur eine Signallpistole! Ey, Jungs, ich hab getötet, wo da oben! Hier hab ich die Schrei gehört! Hier, hier, hier in die Richtung! Jungs, habt ihr noch ne richtige Knarre für mich? Ich hab nur ne Signallpistole! Du musst die Signallpistole nehmen, Max, Max, dass wir den Stunnen können! Okay, Kameras, Kameras mitnehmen! Ich würd sagen, wir machen eine Kamera hier bei unserem Basislager! Ich stell dich hier mal auf, damit wir das hier im Blick haben, wenn der Bummi hier vorbeikommt! Warte, so, ja, du siehst gut aus, Max! Ja, so! Okay, MBK nimmt die Kamera mit, habt ihr alles gelootet hier? Platziert! Ey, ich hab ein gutes Vordergrund! Und jetzt können wir durchs Tablet hier durch! Was, 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 was? Warum schießt du da? Ey, sorry, sorry, sorry! So, Jungs, komm, wir brechen jetzt auf! Jungs, ich hab hier Fleisch reingepackt, dass ihr hier vielleicht reinrennt! Pass auf, ey, nicht reinlaufen, Jungs! Was, ein Nachtsichtgerät? Ja, guck mal! Hä, wie cool ist das denn? Oha! Nimm das mit, MBK! Ich will auch sowas haben! Jungs, 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 guck mal, was hier in der Nähe ist! Was, was ist hier in der Nähe? Guck mal, was ist hier in der Nähe? Hier ist ein See in der Nähe! Oh, guck mal, hier ist noch ein Steak! Das nehmen wir mal mit! Ein See! Okay! Und wisst ihr, was Bigfoots machen? Die waschen sich! Wasser trinken! Ne, Jungs! Ey, Jungs, ich geh wieder in den Barang zurück! Jungs, wir fahren zurück! Wir müssen die Leute finden, Jungs! Wir fahren zurück, alles gut! Hast du den Schrei gehört? Okay, Alter! Ich hab den nicht gehört! Ihr seid so ne Lügner, ne? Wo willst du denn jetzt hinlaufen? Zum See erstmal, oder was? Zum See erstmal, zum See, ja! Guck mal auf die Karte, Jungs! Oh mein Gott, ey, warum machen wir das hier? Wir müssen unbedingt die vermissten Leute finden! Ey, Leute, ich hab bei sowas eh mal so Angst, ey! Ja, das ist mir gar nicht geheuer hier und genau aus der Richtung kamen die fetten Schreie! Aha! Hier ist ein Dorf! Hier ist ein Dorf, Jungs! Da vorne ist ein Dorf, ja, ja! Oh mein Gott! Jungs, was ist das da oben? Hey! Bro, ich hab da hinten, als du was bewegt! Ich hab was gesehen! Du hast das auch gesehen, oder? Da! In dieser Richtung! Ich hab's nicht gesehen! Ich hab's gesehen! Ich nicht! Um Gottes Willen! Bro! Ich muss los! Lass erstmal in das Dorf! Lass erstmal ins Dorf, Bro! Jungs, ins Dorf, ins Dorf, ins Dorf! Stell, 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 stell! Ey, da... Das war nix gewesen, oder Leute? Ey, da... Ich bin nicht... Jetzt war das nur ein Busch oder sowas? Irgendwas hat sich doch da hinter dem Baum da bewegt, ey! Junge, ich... Ich glaube, ich hab auch was gesehen! Das ist gesprungen, Bro! Das war riesengroß! Das war drei Meter! Das war so groß wie der Baum! Ich guck jetzt mit dem Nachtsichtgerät! Ich glaub, ihr... Äh... Ohhhh! Irgendwas stimmt hier in dem Wald nicht! Sag ich euch, wie es ist! Okay, Freunde, das ist hier so ein... Oh! Was los, was los! Was los! Hä, neben mir war... Wie als wenn jemand so eine Flasche geöffnet hat, so ein Geräusch! Hä? Hä? Links von mir, ganz close! Okay, alles, alles gut! Jungs, lass erstmal hier das Dorf looten! Lass erstmal hier das Dorf looten! Jungs, wir müssen komplett das Dorf absuchen, ob die irgendwelche Hinweise finden, was hier mit den Leuten passiert ist! Ja, ja, ja! Wir müssen alles abschicken! Ey, Bro, der dreht völlig durch! Der schreit richtig! Er ist sauer, er ist sauer! Der dreht völlig durch! Der weiß, dass wir hier sind! Er weiß jetzt schon, dass wir hier sind! Jungs, wir haben verloren! Das war's! Oh mein Gott, Jungs! Sachen packen, nach Hause fahren! Ich glaube, er war hier, ne? Ah! Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Ist das Alarmanlage, oder was? Ja, das ist hier so eine Alarmanlage, Bro! Die liegt hier auf dem Tisch! Junge! Damit können wir vielleicht so Bigfoot-Angst machen, weißt du? Jungs! Bei mir hat es jemanden im Haus erwischt! Nein! Hast du einen Nicht-Überlebenden gefunden? So, ich stelle... Jungs, ich stelle hier auch mal noch eine Kamera auf, damit wir das... Ja, stell dir eine Kamera auf! MBK, wen hast du gefunden? Was hast du gefunden? So, das Dorf hier oben gekommen! Hier ist Blut! Guck mal! Oh mein Gott! Bro! Komm hier lieber nicht rein! Ich glaube, es hat John getroffen! Uah! 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 Hier wurde jemand aus dem Fenster rausgerissen! Max, alles gut? Bro! Hier hat jemand einen richtig fetten Haufen in die Toilette reingesetzt! Uah! Mock das! Boah! Nee, nee, nee! Jungs, geht da nicht rein! Geht da nicht rein! Oh! Da hat jemand einen richtigen Geschenk hinterlassen! Aber vielleicht nicht die Hinweise! Ey, Jungs, aber ich habe einen Feuerwerkskörper gefunden! Ey, Jungs! Mach den nicht an! Mach den nicht an! Damit locken wir den an! Meinst du? Okay, dann lasse ich den mal auf! Ja, laut die Geräusche! Ey, hier raschelst du was, hier raschelst! Jungs, wir müssen das hier wirklich alles durchsuchen, bitte! Okay, ich... Uah! Oh mein Gott, ich habe mich so erschrocken! Nein! Es tut mir leid! Jungs! Was, 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 was? Guck mal, was ich gefunden habe! Was? Guck mal, was ich gefunden habe! Was hast du? Ich habe eine dicke Schrotenwisse gefunden! Uah! Okay, das ist krass! Ich bleib bei Stalin! Junge, du kannst ihn ja richtig wegklappen gleich! Signalpatronen habe ich noch gefunden! Jaja, du kannst es mir gleich mal geben! Jungs, ich habe die Kamera hier aufgestellt! Und vielleicht eine Falle! Haben wir ja! Eine Falle habe ich nicht! Eine Kamera habe ich aufgestellt! Ihr müsst alle Häuser durchsuchen! Alles abchecken! Ja, 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 auf jeden Fall! Ich habe eine Gasflasche! Oh, sehr gut! Jungs, damit könnte man den vielleicht hochjagen! Boah, das wäre auch crazy! Jungs, du müsst mal flexen! Oh! Nein! Der tritt durch! Was war das? Nein, 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 nein! Der tritt wirklich durch! Max, was hast du gerade geschmissen? Ich habe gar nichts geschmissen, Bro! Jungs, ich habe da was in der Riedstück gesehen! Jungs, ich habe da was in der Riedstück gesehen! Was, ein Stein? Bro, wirft der jetzt einen Stein rum, oder was? Geht der ruhig? Aua! Alles gut! Oh mein Gott! Jungs! Aua, meine Augen! Ich habe außersehen geschossen mit der... Ah, das Telefon klingelt! Hier klingelt ein Telefon! Warum klingelt das Telefon? Geh ran! Oh, nee! Man kann nicht rangehen! Jungs, ich habe jetzt gesehen, bei ihm... Er ist in eine Falle gelaufen, Idiot! Warte mal, guck dir die Kamera! Er ist beim Basislager! Er ist beim Basislager! Er ist beim Basislager! Da läuft der! Oh mein Gott! Wie kann ich die Kamera... Oh mein Gott, er rennt weg! Er rennt weg, Bro! Warte mal, er geht in unsere Richtung! Stimmt! Hey, der ist in unsere Richtung gelaufen! Ähm... Ich bin... Ich... Stani, gib mir mal schnell die Signalpatrone! Gib mir mal schnell die Signalpatrone! Stani, hinter dir! Wo ist er? Wo ist er? Er ist auf dem Weg! Er ist in unsere Richtung gelaufen! Gib mir schnell die Signalpatrone, Stani! Ja, 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 Bro! Ich seh dich! Los, los, los! Vor dir, vor dir, los! Warte, warte, warte! Ich hab gar keine! Warte, 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 warte! Bro! Okay! Hast, 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 hast! Ja, ja, ja! Alles gut! Habt ihr den auf Kamera gesehen oder was? Ja, der war bei unserem Basislager gewesen! Deswegen ist der in die Falle reingelaufen! Bro, ich seh nichts! Bro, du musst mit dem Tablet auf die erste Kamera ansteuern! Es ging bei mir grad nicht! Es ging grad nicht! Okay, egal, Jungs! Guckt hier, ob ihr hier irgendwas findet! Ja, ja, okay! Haben wir schon einen der Leute gefunden, die verloren gegangen sind? Nee! Gar nichts! Warte, warte! Lass mal hier in die Richtung gehen, dass wir vielleicht komplett mal... Vielleicht waren die hier am See oder so gewesen und haben hier grad geknickt gemacht! Hier so! Guck mal hier! Guck mal hier! Alles durchsuchen, Jungs! Alles durchsuchen! Guck mal hier bei Munition liegen! Jungs! Ja? Was, 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 was? Ich hab ihn gehört! Ich hab ihn gehört! Ja! Ah, ich hab jemanden! Ich hab jemanden! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott, wer ist das? Foto machen! Nein! Ich mach ein Foto! Das ist Johnny! Nein, da vorne ist John Coleman, haben wir gefunden! Der arme! Der arme! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro! Mach ein Foto davon! Mach ein Foto! Wer ist das? Das sieht hier alles so ganz, ganz mysteriös aus! Das Ding ist, Jungs, hinter uns ist ein Fluss! Wollen wir da mal vielleicht hingehen? Lass mal auf die Karte schauen! Ich wollte dir! Du brauchst die Schrappgang! Ja komm, Stani, Navigator! Stani, der Navigator, geh du voran! Du machst das schon! Ja, okay! Lass mal zum Fluss gehen! Wir vertrauen dir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der schreit schon wieder! Bro! Er ist hier ganz nah! Er wird übelst aggressiv! Das war wie hier rumrennen wahrscheinlich! Old Hunting Tower! Guck, ob ich ihn seh! Ey, Jungs, wenn ihr irgendwo mal noch ne Knarre seht, gebt mir die mal bitte! Weil ich hab nur diese Knallding! Ich hab noch keine richtige! Ach so, ja, ja! Dings, wir werden safe im nächsten Dorf oder so! Stimmt noch mehr Knarre finden! Ja, ja, ja! Okay, warte mal Jungs, ihr splittet euch gerade! Ihr splittet euch gerade! Ja, ey, ey! Oh, sorry! Wir wollten hier zum Dings gehen noch! Zum Fluss! Ja, komm, komm, komm! Dani, Stani darf entscheiden! Oh, Leute! Hier ist auch Ihr Wegweiser! Zu Native American Settlement! Also, er hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Leben verloren! Hier ist ein Fluss! Das sehen wir schon mal! Das ist schon mal gut! Ich hab übrigens so einen Sensor-Pfeil auch! GPS-Sensor! Boah, sehr gut! Wenn ich den seh, dann werf ich den ab damit! Dann können wir den immer tracken! Ey, der ist direkt hier wieder in der Nähe! Nee, Jungs schon mitkommen! Das ist ein Wasserfall! Oh mein Gott! Wie? Bei Wasserfall ist immer was! Oh, Tatsache! Wasserfall ist immer was! Und seine Wasserfall ist immer eine Höhle mit Gold drin! Machst du das hier nicht wahr mit der Mütze? Nein! Mir ist kalt, weil ich Angst hab! Grey Falls haben die gerade gefunden! Ey, waren wir in dem Dorf da rechts? Ja, ich glaub, da waren wir, oder? Hier ist Lagerfeuer? Ja, ja, da waren wir, da waren wir! Hier wurde gegessen! Hier wurde irgendjemand Piknick gemacht, Jungs! Jungs, ich geh jetzt mal auf die Brücke hier oben rauf! Ich glaub auch! Ja, ja, und guck mal! Die schleppen doch immer die ganzen Leute in den Höhlen! Nein! Nein, ich hab jemanden gefunden hier! Nein! Nein! Wem? Bro, ich weiß nicht, was es ist! Susanne! Mach ein Foto davon und ne Falle! Ne Falle ist auch hier! Ruby, rest in peace, Ruby! Oh mein Gott, Junge, was hat Bigfoot mit Ruby gemacht! Ach du heilige! Bigfoot! Wenn ich dich kriege! Jungs, meine Kamera geht nicht! Leute, wir sind hier, glaub ich, mitten im Jagdgebiet von Bigfoot! Ich hab's fotografiert! Oh oh, der dreht schon wieder durch! Jungs, komm doch, Alter! Der dreht schon wieder durch! Markus, du läufst die ganze Zeit alleine vor! Ja Bro, hier ist ein Lager! Oh mein Gott, ja! Und was ist, wenn er da ist? Guck dir mal hier diesen riesen Mammutbaum an, Alter! Was ist das denn? Ich hab keine Angst vor ihm! Jungs, wir müssen zusammen gegen... Guck mal, ob da vielleicht irgendwo ne Waffe rumliegt! Jaja, ich brauch unbedingt einen, ne? Weil, wir müssen alle bewaffnet sein, sonst haben wir nämlich einen kleinen... Oh ne, okay, alles gut, alles gut! Ich seh ihn! Alles gut! Was laberst du? Hier! Der ganz hinten hält Ausschau! Was? Was laberst du? Was quatschst du? Ey, MBK nicht so ne Schwäße! Ich glaub, MBK ist ein Quatscher! Wo denn? Der halluziniert doch! Der ist da nicht! Oh mein Gott, da bewegt sich ja wirklich was da hinten! Jungs, was ist das? Ich hab meine ganze Momenten... Da ist er, da ist er, da ist er! Ist das ein Mensch? Oder war das Bigfoot? Er kommt! Ey Jungs, er ist ganz in der Nähe von uns! Lass uns ausrüsten, ausrüsten! Jungs, der kommt, glaub ich, wirklich! Der wird uns gleich angreifen! Ey Jungs, kommt hier zum Camp! Kommt hier zum Camp! Wir müssen uns hier formieren! Warte, warte, warte! Ich stell hier ne Falle auf! Ich werd ne Falle aufstellen! Junge, der kommt wirklich tot! Ich versteck mich! Falle wird... Ah! Jungs, ich stell dir ne Falle auf hier! Kommt hier rein! Kommt hier rein! Kommt hier rein! Kommt hier rein! Jungs, 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 hier sind Totenköpfel! Mann, was war'n das? Falle! Max, Falle hierhin stellen! Ich werd' keine Falle mehr platzieren! Hat jemand ne erste Hilfe? Ja! Platz hier ne Falle! Dann geht er weg! Dann kann er nicht reinkommen! Bro! Mach deinen Signalfackel bereit! Ja, ist bereit! Ist bereit! Bro, meint dir der Kräftensand? Denkt ihr, der kommt? Ich weiß es nicht! Komm noch, Backfoot, Junge! Komm noch! Jungs, ist schon Backfoot! Jungs, er kriegt so ne Ladung ab, Jungs! Ich glaub, der ist ganz bei uns in der Nähe! Safe, safe, safe! Ich weiß es nicht! Mann, Mann! Mann! Was? Mann! Jungs, hört ihr das? Du! Hast du ne Kamera draußen gemacht? Bitte! Nee, ich hab' keine! Ich hab' leider keine Kamera draußen! Bitte! Da ist er! Was? Da ist er! Nein! Nein! Das ist ein Baum! Boah, ich hab' das Gefühl, der schlägt hier außen rum! Stopp! Nein! Er ist da! Boah, der ist zu schlau! Der ist zu schlau! Hä? Nein! Stani schießt die ganze Zeit auf nichts! Bro, ich hab ihn doch hier grad gesehen! Was laberst du? Da war nichts! Ey! Wo soll er jetzt sein? Wo soll er jetzt sein, wenn er gerade hier war? Wo ist er? Junge, er ist nach vorne glaub' ich im Boden! Boah, Stani verballert einfach die Musik die ganze Zeit, weil er Bäume sieht, ey! Kannst du bitte die Waffe... Kannst du eine Waffe für Max geben, du hast zwei? Ich hab' ihn getroffen! Ich hab' ihn getroffen, Jungs! Ich hab' ihn getroffen, Jungs! Sehr schön! Ey, Jungs, hat irgendjemand noch ein Erste-Hilfe-Set von euch? Oh mein Gott! Los jetzt! Ist er bei euch! Schieß auf ihn! Oh mein Gott! Er kriegt das! Er brennt! Er brennt! Oh mein Gott! Warte mal, warte mal! Ich versuch' ihn mit einem Sensor-Pfeil abzuwerfen! Ja, ja, ja! Was? Nein, nein, nein! Er rennt weg! Er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, aber die Signal-Pistole hat richtig viel gebracht, Jungs! Sie hat richtig viel gebracht! Okay, okay! Kannst du eine Kamera reinschmeißen? Weil ich glaub' das ist immer, yeah! Ja, das könnte vielleicht sein Basislager sein! Ich hab' leider keine Kameras mehr! Oh mein Gott! Ich hab' keine Kameras mehr dabei! Oh Gott, Junge! Was ist das denn? Ich werd' hier mal noch eine Falle platzieren! Passt auf, Jungs! Alter, hier sind Pfeil und Pugen! Jungs, die haben hier gut getroffen! Ich hab' hier eine Falle mit Fleisch platziert! Vielleicht läuft da rein, der Bummi! Ey, warte mal! Jungs, 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 Jungs! Ich hab' die Meter! Ich hab' die Meter! Ich hab' doch noch einen Feuerwerkskörper! Ja? Ich werd' ihn hier platzieren, dass er angelockt wird! Und dann werd' ich ihn mit dem GPS-Signal abwerfen! Dann wissen wir jetzt immer, wo er ist! Jungs, lass uns bitte den Busch verstecken! Junge, jetzt wird's aber Nacht, Bro! Ich weiß nicht, ob wir... Das ist schlau! Dann wissen wir immer, wo er ist! Oh! Ja, Bro, der macht das! Der macht das! Ich hau' ab hier! Alter, da vorne läuft der! Da vorne läuft der! Ich hab' ihn gesehen! Ich hab' ihn gesehen! Ja, dann place doch das Feuerwerk, Bro! Dann... Okay, warte, ich werd's versuchen! Ich werd's versuchen! Beeil' dich, bitte! Vielleicht wird der angelockt! Dann kann ich ihn mit dem GPS-Sensor abwerfen! Ich werd' hier vorne auf der Kreuzung hier... Feuerwerk platzieren! Ey, Jungs, aber bleibt bitte bei mir in der Nähe, okay? Bro, wir müssen hier... Michael, wir müssen hier uns... Wir warten einfach hier! Ja, ja, ja! Halte zum Benutzen! Und wenn irgendwas ist... Okay, 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 okay! Feuerwerk läuft! Ich versteck' mich hier hinter dem Stamm! Happy New Year! Ey, komm! Komm! Oh mein Gott, was, Jungs! Ich guck' ob er kommt! Er müsste hier angelockt werden! Oh mein Gott! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Er kommt! Ich bin hier im Busch, ich bin hier... Nee, Jungs, schieß doch nicht! Nein, ich schieß ihn, Mann! Welcher... Bro, welcher Idiot schießt denn jetzt? Wir wollen doch den Sensor ran schmeißen! Er ist vor mir! Ah! Ah! Ich hab den hinten geworfen! Was macht der? Nein! Oh! Wie steht da? Mach' ein Foto! Mach' ein Foto! Er steht da noch! Ich glaub' wegen dem Lagerfeuer ist er da! Ey, Bro, warum steht er einfach da vorne? Nein! Oh mein Gott, er kommt, er kommt, er kommt! Bro! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, warte! Hab' ihn getroffen, hab' ihn getroffen, hab' ihn getroffen! Gib' ihm, gib' ihm, gib' ihm! Gib' ihm! Alles draufhauen, alles draufhauen! Bro! Oh, ich hau' ab, ich hau' ab, ich hau' ab, Bro, ich hau' ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab' nur noch einen Schuss! Abhauen, Jungs, abhauen! Ich hab' nur noch einen Schuss! Ich hab' nur noch einen Schuss! Ich hab' nur noch einen Schuss! Ich muss los! Ich muss los, Bro! Ich muss los! Ist er weg? Alter, Jungs, der hat gebrannt oder so! Wir haben ihm richtig gegeben! Was war das? Oh mein Gott! Hast du den mit der Signalpfeil abgeschossen? Du, das war richtig OP! Alter, wir haben ihm richtig gegeben mit der Falle hier! Ich hab' Damage bekommen! Ach, du Heilige! Aber es gibt, Jungs, das Problem ist, ich hab' den Signalpfeil daneben geworfen! Nein! Nein, Bro! Oh mein Gott! Ja, was für Stark! Ich sag', ich will ihn anlocken! Ja, Bro! Mirkan! Ich sag', ich lock' ihn an! Er läuft zum Feuerwerk, stand! Ich schieß auf ihn! Ja, warum schießt du? Das war so los von dir! Ich dachte, ich mach' den Blatt, Junge! Ja, wahrscheinlich mit einer Kugel machst du den Blatt! Ist doch klar, dass der dann wegrennt und ich den nicht abwerfen kann mit der Signalpfeil! Ja, sorry! Aber ich dachte, Bro, der hat da eine halbe Stunde gestanden! Ich dachte ja nicht, dass du so blind bist und daneben bist! Ey, ich brauch' unbedingt Pistolenmunition! Wie ne Blindpese! Oh, ich hab' auch ne Schrotflinte! Oh mein Gott, nice! Oh mein Gott! Fettes Lager hier! Fettes Lager! Habe ich über den Tessas Schiss, aber der hat mir vollgegeben! Ey, hat's schon da! Oh oh! Okay, ich hab' ja doch ke 다음에! Hat's hier nicht einer von euch noch ein Erste-Hilfe-Set Jungs? Ja, 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 ja! Ich hab' mal' das aber jetzt mal hier rüber, ich lass' mal hier rüber, ich lass' mal hier rüber, ich's laut beim Dings hier rüber, hier rüber, hier! Okay! Oh mein Gott! Wheeee yippii! Let's go! Warte mal hier! Hier ist auch ein Camp Bro, da waren wir doch schon! Nein, das ist neu! Nein, das ist neu, oder? ich habe signal ich kann ja auch ich kann ich habe eine signale geben was das 9 mm also das signal hat ohne habe ich gar nicht bekommen doch ich habe die ganz ganz verdächtig in der nähe was macht ihr hier ich höre irgendwas da vorne bewegt hier auf der anderen flussseite hier auf der anderen flussseite hier irgendwo was bewegt jungs 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 müssen aber noch die anderen vermissten leute finden wir müssen weiterziehen ja weiter 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 solange der gerade auf der anderen flussseite ist das weiter wir müssen die vermissten finden im unteren teil der map waren wir noch gar nicht nicht über den fluss nicht über den fluss und nicht über den fluss da ist er gerade er wird wahrscheinlich auf uns warten wir müssen aber über den fluss hier erkunden hier ist auch noch übel wir waren schon da in der mitte ok ok steini ist steini verwandelt sich zu weg von zu werden ja ich habe nur noch halb ist gut muss aufpassen okay dann gehen wir rein und macht es hier so achtung wer wer neben uns war oh mein gott ein alter junge ach schrei doch nicht so ich dachte bär greift mich an wo wusste wer glaubt er verfolgt uns irgendwie er ist richtig der sauer auf uns gekommen ist weiter 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 also ich habe hinter uns geguckt irgendwie keine zeit verlieren ja guck mal und ihr sagt hier ist nichts nein was das für eine hütte nein was ist hier die leute hier guck mal fußabdruck fußabdruck bild machen gemacht richtig jungs könnte oh mein gott hier sein dass er sich hier öfters mal abhängt das kann echt sein erst hilfes hat max komm her oh ja wichtig 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 hier ehre habt ihr gegeben ehre dem ehre gebührt ist hier noch immer alles treibstoffkanister vielleicht kann ich den wieder hinschmeißen ja oder auto genau oh mein gott wissen was wir machen wollen wir dieses fans jungs was ist das was ich mache erst mal musik an ok ich habe erst benutzt gut jungs hat sich gerade glaube ich geheilt jungs wie hat er mehr leben wieder gekommen kommt 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 ist egal ich bin auf toilette ich stehe es hier er ist von der tür er hat die tür kaputt er hat die tür kaputt oh mein gott pro program so wo sie oh sie auf oder wieso hierzu Oh mein Gott, er tritt durch, er tritt durch, er tritt durch, er tritt durch. Komm her, Jungs. Das war ein Fehler, ich hab auch nur noch einen Schuss, wenn ich den jetzt benutzt, ist Feierabend, ich würd's aufheben noch, für Notfälle, ich heb's für Notfälle auf. Ich will einen kurzen Kanister draußen hinpacken, falls er wiederkommt, man. Jungs, wir müssen hier weg, das Haus wird nicht ewig standhalten. Ich hab einen Kanister hier vorne gepackt. Junge, weg, weg, weg. Sicher, ich hab ihn hingepackt. Junge, ich hab, Junge, bist du irre, oder was, der ist weg? Weg hier, Jungs. Okay, komm, komm, komm. Jungs, lass mich doch nicht allein zurück. Was war das mit einer Aussage von Max? Egal, MWK ist eh draußen. Ja, Junge, du bist weggerannt. Hab ich das wirklich gesagt? War nicht so gemeint. Nur selber schulden, MWK, dass du dich an uns hält. Ah, wir laufen nach oben, okay. Keine Ahnung, ich will weg. Oben rechts, wir gehen nach oben rechts auf der Merk. Ich hör wieder einen Totenkopf oder so. Ist egal, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Totenköpfe. Jungs, was willst du damit, Junge? Wir müssen hier von Bigfoot abholen und du willst irgendeine Müll sammeln, Alter. Checkst du das noch überhaupt? Ich schmeiß gleich den Totenkopf gegen den Kopf von ihm, ne? Alter, wie der da am Haus, der ist komplett durchgegangen. Jungs, 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 wir müssen weiter rechts laufen. Der hat mich durch das Fenster gehauen, ne? Wir müssen weiter rechts manövrieren hier. Junge, der hat zwei Leute weggehauen, wie stark ist der? Der ist crazy. Max ist Navigator ab jetzt. Ich bin der Navigator. Max, hast du Map-Kids? Soll ich dir geben? Achtung! Äh, alles gut, ich bin wieder geil. Ich brauch eins. Ja komm her, komm her. Hat der nicht erwischt gerade, oder was? Wie viel Leben hast du denn, MBK? Ja, MBK geschlagen, MBK geschlagen. Ja, wie viel Leben hast du verloren? 50 hab ich nur noch. Alter, das heißt, der macht einen Two-Hit, der macht einen Two-Hit, Jungs. Nein, macht der gar nicht. Doch, klar, wenn er MBK immer trifft und 50 Schaden macht. Ich wollte nur einmal ein Hilfeset haben, ich hab noch 100. Guck mal, Bro, du Ekliger, Alter. Er ist ein Quatscher. Ihr habt mich gerade, Jungs, ihr habt mich gerade quasi... Ohne Spaß, du bist so ein Ekliger, Junge. Ich hab hier noch einen Outpost gefunden. Ihr habt mich gerade vor der Tür liegen gelassen. Oh, ich hab hier was, guck mal hier. Eine Patrona? Hä? Was war das gerade? Max, wo bist du? Ich bin hier in der Nähe, bei so einem Außenposten. Max ist ganz weit weg, guck mal bitte auf die Karte. Alles gut, es ist Tag, es ist Tag. Da hab ich keine Angst. Max ist weg. Hä, aber... Meinst du, er schläft tagsüber, oder was? Ja, okay, er schläft tagsüber. Ja, okay, er schläft tagsüber. Er schläft tagsüber. Ey, Jungs, ich hab einen krassen Weg gefunden. Ich hab einen krassen Weg gefunden, guck mal. Hö, Max, wo gehst du denn hin? Guck mal, er geht... Hier hoch. Der schießt da. Ey. Schießt mich denn an hier. Stania hat's geschossen. Ich dachte, dass er Bigfoot... Ich dachte, dass er Bigfoot... Dass er seine Munition hier aufhebt. Ich hab 70 Schuss, was laberst du? Ey, ich hab noch 5. 51. Wo, was ist das hier? Aber... Boah, wir gehen hier hoch auf den Berg. Es könnte echt sein, dass hier Bigfoots Höhle irgendwo ist, ne? Ja, stimmt. Ey, die haben wir ja auch noch nicht gefunden. Ich glaub, es ist deine Höhle. Da ist ein Wolf, da ist ein Wolf! Alles gut. Alles gut. Das war ein Kumpel von Bigfoot. Ja, nimm sein Fleisch mit. Nimm sein Fleisch mit. Nimm sein Fleisch mit. Okay. Okay, ja. Ich glaube, das hat Bigfoot jetzt nicht so gut gefallen, dass du seinen Wolf hier abknallt hast. Ja, das kann sein. Komm, hoch, 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 hoch. Warum wurde ich nur gehauen von dem? Ja, weil du draußen warst! Nein, äh... Digga, äh... Ey. Boah, der mag dich einfach am wenigsten hier von uns ein. Er hat mich auch gehauen. Ey, ich schlag den, ich schlag den gleich zurück. So, was haben wir hier? Firewatch Tower. Boah, ey, Bro. Ne, da geh ich nicht rein. Firewatch Tower. Alter, das ist voll der krasse Turm hier. Junge, das hier ist... Jungs, guck mal hier, was hier für eine Seilbahn ist. Hier ist Tresor. Was? Äh... Alter. Aber wir haben den Code nicht, wir haben den Code nicht. Schade. Da sind bestimmt voll die OP-Waffen drin, ne? Ey, meint ihr? Ist alles gelootet. Ich soll hier... Wollen wir hier ein bisschen... Ey, Jungs, wir haben ja gute Aussicht, aber... Ich sag euch, guck mal, hier auf der Kart, hier sind so viele Berge. Ich glaub, hier ist Bigfoot's Höhle irgendwo. Irgendwo muss hier eine Höhle ver... Ey, guck mal, wir waren jetzt hier noch nicht links von uns. Wir sollten mal da links entlang gehen. Oh, Mann. Er ist doch gerade aus, dass wir diesen Weg mal entlang gehen. Ey, ich seh ihn, er seh ihn! Er kommt zu uns, Jungs, er kommt zu uns, da unten! Schieß! Nein! Oh, mein Gott. Mit Shotgun lohnt nichts. Jungs, Jungs, du musst das abbauen, das abbauen! Komm! Nein, nein, nein! Hier runtersleiden! Staddy, let's go! Wir hauen ab! Komm, schieß doch, schieß doch, schieß doch! Oh! Oh, mein Gott, ich hau ab, Jungs! Tschüss! Wir können schießen, schießen! Weg, 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 weg! Jungs, nehmt die Seilrutsche! Nimm die Seilrutsche! Nimm die Seilrutsche! Ich hab ihn angebrannt, er brennt! Ach, du heilige! Ja, renn doch weg, Jungs! Mein Haus brennt, bitte, ich brauche Hilfe, bitte! Wir sind weg, wir sind weg, wir sind mit der Seilrutsche abgehauen! Ist MBK down, oder was? Ich bin aus dem Fenster raus! Ich bin aus dem Fenster raus! Ach, du heiliger! Jungs, bitte, ich bin gleich down! Ich springe runter! Ich bin weg, ich bin weg! Was sagt ihr, hallo? Bro, Stani, wir haben MBK verloren! Nein, habt ihr nicht! MBK ist down! Nein, ich bin jetzt in der Falle rein! MBK down! Bitte! Ey, ich hab einen HP, ich hab einen HP! Selber schuld! Hoch, hoch! Ach, man kann auch hochsliden! Nice! Hey,拿ain! Hey! We coming… Mann! Wo seid ihr denn? Wir kommen nicht retten, wirucken nicht retten.. Oh myg, der wird zurück im HP! Ich am not... Bro, er wird zurück im HP! Genau, vor dem… Ich bin im HP! Ja, ich schieß auf ihn mit Signalfaket… Bist du down? Ich hab ihn! Bam! Oh myg, der hat mich magst, magst! Oh muig! EHHHH! Man lo met... Er ist st мог… Er haut ab, jetzt haut der ab, jetzt haut der ab. Guck mal, der Schisser, Junge. Oh mein Gott. Wenn ihr genockt seid am Boot, ihr könnt ein Hilfeset nehmen und das hilft euch. Ach du Heilige. Junge, wir haben hier aber gut Damage gedrückt, wir haben hier gut Damage gedrückt, Jungs. Das war gut, guter Angriff, guter Angriff. Ey, MBK, bitte nicht mehr alleine. Es tut mir leid, es tut mir leid. Junge, ey, Max, wir müssen uns entscheiden, Bro. Was denn? MBK, stell dich auf, das war's mit dir. Nein, Jungs. Wir anvisieren. Nein, 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 warte mal. Warte, letzte Chance, letzte Chance jetzt. Ja, nur noch 400 Leben, chill. Wenn du nicht mehr auf uns hörst, was, das bist du aus der Gruppe raus. Hä, was? Jungs, komm, wir gehen jetzt mal weiter, wir gehen jetzt mal weiter hier. Wir haben immer noch nicht mal in seine Höhle gefunden. Ey. Wir sind richtige Bummis, wir haben erst zwei von den Leuten gefunden. Ja, guck mal, hier muss doch irgendwo was sein. Er hat jemand einen Verbandskasten? Nein. Nein. MBK, du bist eine Verschwendung für Verbandskästen. Wirklich? Ey. Warum seid ihr so? Hier ist Esel oder so. Bro, du hast schon mehr Verbandskasten gebraucht als alle zusammen. Bro, guck mal, Max, magst du mal jemanden durch die Gegend laufen, der Bigfoot Schaden macht? Oder jemand, der sagt, hier laufen Esel durch die Gegend? Junge, du bist allein, du warst fast down gewesen ohne uns. Es ist Esel. Junge, wären wir nicht zurückgekommen, hätten wir nicht gerettet. Wer ist das gewesen mit dir? Achtung, Klippe, Stani, die fallen nicht runter. Au. Nein. Alles gut. Ich bin... Ey, was? Hat mich abgerollt. Max ist ein guter Navigator. Helf mir, bitte. Helf mir, Jungs. Meine Beine sind gebrochen. Danni, es wird Zeit, ihn zurückzulassen, Bro. Ey, ich hit damage, bitte. Ey, bitte. Es wird Zeit, ihn zurückzulassen. Stani, komm, wir ziehen weiter. Wir müssen leider weiterziehen, Bro. Jungs, bitte. Wir müssen weiterziehen. Bitte, Max. Acht leben, Jungs. Alter. Oh, Mann. Alter Schwede. Er ist rechts, er ist links. Er ist überall. Da ist eine Höhle. Ich habe eine Höhle gefunden. Nein. Da gehe ich jetzt rein, ne? Da ist eine Höhle. Oh, mein Gott. Jungs, vorsichtig. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte rein. Warte, 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 warte mal. Max. Da sind Fallensteine runter. Ich dachte gerade, Max. Der hat eine Falle gebaut. Falle hierhin stellen, Jungs. Falle hier vorne. Falle, Falle, ja, ja, ja. Aber bitte nicht reinlaufen. Ich pack Fleisch rein. Ja. Fallen hier vorne hinstellen. Jungs, ich brauche noch ein Erste-Hilfe-Set. Wo ist die Falle? Hier? Falle liegt. Jungs, haben wir eine Kamera? Falle liegt. Nee. Hier vielleicht noch eine Kamera hinstellen, hier vorne am Höhleneingang. Ich habe leider keine. Ich habe, glaube ich, auch keine. Warte. Wie kann ich jetzt nochmal Kameras aufstellen, Jungs? Ja, auswählen und drauf auf den Boden drücken. Ich mache zwei Kameras hier, Jungs. Und wir gehen jetzt in die Höhle rein. Und falls ihr hier kommen sollt, müssen wir direkt gucken auf der Kamera. Bro, warum machst du zwei? Stanni, also manchmal denke ich mir echt, du bist verloren. Ne, Stanni, nimm noch eine mit. Ja, weißt du, erstell zwei Kameras auf, damit wir zweimal das gleiche sehen können. Was? Was haben wir so? Oder? Bin ich lost? Oh, jetzt lost schon wieder. Ich bin verloren, es ist ungeleid. Nein, alles gut, alles gut. Komm, lass mal in die Höhle rein. Ich glaube, wir müssen in die Höhle reingehen. Wir haben zwei Pfeilen da vorne, uns kann nichts passieren. Nein, ich habe, ich habe, ich habe ihn geholfen. Was ist das hier für eine kranke Höhle? Oh, das ist eine Tropfsteinhöhle, Junge. Jungs, erst davor. Ich schwör, ich erst davor. Ja, MBK, äh, nein, wirklich. MBK, glaube ich, gar nichts mehr. Komm. Ich habe ihn gesehen. Ja, dann komm doch bitte in die Höhle rein. Dann guck in die Kamera. Ey, hier ist ein Lager. Was guckst du in die Kamera? Hier ist ein Lager hier drin. Und? Bro. Und? Die Kamera ist kaputt. Kann das sein? Ey, die Kamera. Bro, ey. Nein, die Kilder, man, normal. Ey, Max, ich glaube, der hat die Kamera kaputt gemacht. Stark. Sehr gut. Komm rüber, komm rüber, komm rüber. Der liegt zerstört, ja. Wo seid ihr denn jetzt? Ah ja, bei mir. Hier, 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 hier. Ich habe übrigens noch eine Signalpatrone gefunden. Das ist immer ganz gut, um ihn loszuwerden. Wir müssen wirklich hinter uns gucken. Ach, der läuft, der läuft da vorne. Aber, 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 aber. Doch, er kommt. Das ist eine Höhle. Nee, nee. Das ist eine Höhle. Der wohnt hier drin. Er hat laufen sehen, auf der anderen Seite. Genau, und jetzt ist er einfach weg. Jungs, 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 der will bestimmt nicht, dass wir hier sind. Lass mal weiterlaufen. Lass weiterlaufen. Bestimmt gibt es hier irgendwas zu euch. Okay, er will nicht, dass wir hier so ein bisschen weiterlaufen. Ja, weil, weil er weiß, dass wir hier irgendwas empfinden oder so. Da oben auf der Brücke. Er kommt zu uns. Okay, er kommt zu uns. Okay, das war's. Das war's, das war's, Jungs. Was machen wir jetzt? Das war's. Max ist ein Habri. Ich bin ein Habri. Standig. Yo, stark, Max. Danke, Ehre, Ehre, Ehre. Komm, 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 weiterlaufen, weiterlaufen. Ehre, Max, Ehre, Ehre, Ehre. Boah, schau mal, wie schön das Wasser hier ist. Ja, super, Ehre, Ehrenwasser, Ehrenwasser. Nice, er guckt sich das Wasser an. Los, über uns. Wie? Wie über uns? Oh mein Gott. MBK, wir haben seine Fressstelle gefunden. Oh mein Gott, ich will nicht. Mach davon ein Foto, wir haben seine Fressstelle gefunden. Er sieht aus. Nein, ich hab daneben geschossen. Daneben. Schieß, Gott. Oh, er haut ab, er haut ab. Okay, alles gut. Alter, Stein, die Eimer was ordentlich machen. Alter. Junge, er ist runtergesprungen von oben, Junge. Ey, Jux, was ist das hier alles? Erste Hilfe ist her. Oh mein Gott, wichtig, wichtig, wichtig. Er kommt, Jux. Er kommt schon wieder. Hilf. Boom, ich hab ihn getroffen. Jetzt haben wir ihn. Ich hab ihn getroffen. Schieß, 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 schieß. Schieß. Schieß, 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 schieß. Schieß. Alter, ich bin weg, ich bin weg. Ah. Bro, schieß. Schieß. Er ist fast down. Nein. Er hat mich auf. Schieß, Mann. Fuck. Schieß. Oh. Ich hirr mich. Oh. Ich hirr mich. Schieß, schieß, schieß. Schieß, wir haben ihn fassen. Er ist fast down. Er ist fast down. Oh mein Gott. Hey, habt ihr gerade gelacht, als ich am Boden lag? Bro, der hat den Chokeslamming gemacht. Bro, habt ihr das gemacht? Bro, er hat mich so oft genommen. Ich hab zwei Matt getroffen. Ey Jux, wir haben ihn leicht, wir haben ihn leicht. Aber das Problem ist, wir haben ja immer noch zwei Leute fehlen uns noch. Die haben wir noch nicht gefunden. Was interessiert mich diese Leute? Bro, was interessiert mich die Leute? Ich mach Bigfoot kalt, Alter. Wir sind doch hier, um die Toten zu finden. Nein, nein. Wir sind hier auf den Unfall gebaut. Ich dachte, wir sind so um Bergrettung, um verlorene Leute zu retten. Bro, wenn er jetzt kommen sollte, er kriegt eine von Latz von mir. Wir sind aber Jäger. Wir haben nur gelandet, weil Max nicht das Auto getankt hat. Wir sind Jäger geworden. Natürlich, you're Bigfoot-Jäger. Ey, wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde Bigfoot mit meinem Messer erledigen. So, zack. Bro, hören wir wirklich mit dem Messer anzugehen? Bro, lass ihn mal messern, Bro. Lass ihn mit dem Messer erledigen. Zack. Wir sind die ersten Menschen, die Bigfoot mit dem Messer erledigen lassen. Oder mit einer Axt. Ja, ja, komm, ihr geht alle mit dem Messer auf. Wer dann macht, ihr geht alle mit dem Messer auf, okay? Bro, der kriegt jetzt richtig. Bro, das ist ein Lorn. Ich gehe nicht mit dem Messer rauf. Ich gehe mit dem Messer rauf. Nee, ich bin nicht. Da unten. Wo ist mein Messer da? Wo ist der? Seht ihr ihn? Der war da unten. Ja, der war da unten. Hat noch jemand ein Medikid für mich? Ich habe nicht mehr so viel Leben. Nee, ich muss nicht. Du hast doch eins. Du hast doch eins, ja, Michael. Ich habe zwei gefunden. Eins muss ich am Boden benutzen und eins jetzt. Jungs, 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 Jungs. Er ist da unten, er ist da unten, er ist da unten. Wieder, wie ist er kommt? Er ist da unten, Bro, er ist da unten. Er ist doch in der Sandkasse. Er kommt, er kommt. Sollen wir ihn hier erledigen, Jungs? Warte mal, ich werde eine Falle hier aufstellen auf der Brücke. Da wird der safe reinlaufen. Warte, 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 warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh mein Gott, er ist drin. Und jetzt Messer, jetzt Messer, Jungs, Messer. 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 Ja! Ja! Oh mein Gott. Alter Schwede. Stani umarmt ihn einfach. Oh mein Gott. Ab geht's nach Hause, Jungs. Das war's, Jungs. Ab geht's nach Hause, Jungs. Crazy. Hä? Aber warum fahren wir? Oh mein Gott, wir haben übernimmt. Liken und abonnieren, Leute. Let's go. Alles. Oh. 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 Kki. konuş пар 먼 thinker. Oh my God. happy confusion. Oh. Oh. Hellhammer. Da.